Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Portal 2 Du bist kein Plan, ja, das weiß ich Aufgerundet Was ist das hier für ein riesen Scheißkomplex, Mann Da kann ich so gut rein, nein Was soll mir das alles bringen, ich verstehe es nicht Das ist zu niedrig, das ist zu niedrig, das ist zu niedrig Vielleicht kann ich mich wieder hochbacken, wir versuchen es, yay Hat funktioniert Yay, das war zu spät Das hat gepasst, glaube ich Na komm, viel fehlt nicht Komm, Mann Viel fehlt da nicht mehr Das geht nicht, das kann sich nicht ausgehen Oder, 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 oder Oh ja, das geht, das geht Oh ja, das geht, das geht Ich komm dem Ding immer näher Doch, das geht, das geht, das geht Ähm Was würde mir das bringen Theoretisch So Wo spring ich dann hin Und jetzt Und jetzt Und jetzt Und jetzt Ich bin da Ich bin da Und Laufen Nein, nein, nein Verdammt, das war Das geht sich nicht aus So, vielleicht So, hoch Oh, da runterfallen jetzt, oh, da runterfallen jetzt Dann Portal Und dann Portal Und Sprung Bumm Und Farbe Auf das hin Boing 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 Jetzt weiß ich auch, woher das Loch ist Dass ich da wieder runterkomme Und nicht hochkatapultieren kann Boing Mit dir? Warnung? Wovor? Ich kenn keine Warnung Hm Jetzt ist die Frage, wie komm ich da hoch? Ah Schätzungsweise mal so Ja, 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 ich hab ne Idee Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee Hui Nein Wir sind durch Wir sind durch Wir sind durch Wir sind durch Es gibt eigentlich so gesehen jetzt vier Arten von Gelees Das weiße, wo man die Portale setzen können Das durchsichtiger, was da recht ist Wo man die Sachen waschen können Das orangene, was schnell macht Und das blaue, was springen macht Super Und hier sind drei davon Ich weiß noch gar nicht, welches das ist Okay, das ist Farb Das ist Portal Gel Das ist Run Gel Und das ist Sprung Gel Okay Warum ist hier das? Okay, das ist für Sprung Gel gedacht Eindeutig Das sieht jeder blinder Ah, da kommen nicht genug Was machen wir da? Was machen wir da? Damit wir was machen dagegen Was hier jetzt so nicht Nein, nein, nein Nur was machen wir da? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Leute Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Das heißt, ich komme da auch gar nicht hoch Moment, 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 Moment Klack, 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 Klack Ich komme da nicht wieder zurück Ich habe das nicht gedacht Warum kannst du da links können setzen? Reicht das? Meint ihr reicht das? Ähm, echt? Meine Jüde hier Oh! Oh! Das endet natürlich nochmal alles Oder? Kann ich hier vielleicht alles mit Sprung Gel auspflastern? Ja, kann ich größtenteils Gut Wenn ich jetzt alles was nicht des Sprung Gel ist äh, des Lauf Gels Gespring Gel funktioniert das nicht Denn mir fehlt das Sprung Gel an der einen Stelle Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal mit dem hier Irgendeine Fläche bereit machen Dass ich was umfärbeln kann Also dass ich da blau hinten um kann Ich frage jetzt, wie stelle ich das an wenn das genau da so reinkommt Da bringt mir das irgendwie was, dass ich zur Wand komm Solange ich keine Seite umgefärbt kriege Kannst du das kningen Das bringt nix, das bringt nix Die Idee war schon mal nicht schlecht Aber das Das hier sieht nicht aus Das hier sieht nicht aus Das hier sieht nicht aus Aber es muss irgendwie so funktionieren Ah, Smoky Weiße, Smoky Weiße, Smoky Weißes Denkt er Zwar hier, jetzt Weißfarbe, genau Dann da jetzt eins, da jetzt zwei Dann brauchen wir nochmal das Laufgel Hier Alles verlaufen Verlaufen, verlaufen, verlaufen Und Da dann blaue, verzeih Und dann hätte ich springen müssen Na gut, ich klatsche sowieso dann eigentlich irgendwo da hin Dann geht das theoretisch Ja Ja Nein Nein Verdammt Boing Wo war jetzt der Sprungeffekt? Legs, boing Mann 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 Das war gerade auch voll asozial Jetzt hast du mich ja noch da reingedingsdruckt Ihr wisst, ihr seid so Schweine Komm Spring jetzt Verdammt Moment, komm mich da nicht her Ich hab so das Gefühl, dass ich da herkomme Verdammt Aber irgendwas muss es dann doch damit aussichern, wenn ich dann da nach unten gucken kann Das heißt, ich muss da irgendwie das Sprunggel hinbefördern Ah ne, das Portalgel Das Portalgel Das Portalgel kriege ich da nur hin Wenn ich keine Ahnung hab Doch, klar, so Ah, das geht niemals bis zur Decke Das ist der große Nachteil dran Ist hier irgendwas, das mir helfen würde, wenn das ungefähr wäre? Naja Nicht sonderlich Das so sind Nope Okay, 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 okay Konzentrieren Keine Ahnung Man macht die Rohre Die Rohre da irgendwie drüber laufen oder so Ne, die hören dann natürlich auf Ihr seid doch Schweine Was bringt mir das, wenn ich das umfärben kann? Gar nichts Da kann ich kein Portal hinsetzen Aber natürlich Aber natürlich Nee Natürlich ist ja ja nichts Das würde nicht funktionieren So Aus dem Grund, weil er schon dauerblau kommt Und dieses dauerblau Aber natürlich Aber natürlich Ja, jetzt weiß ich das Denn jetzt muss ich da nämlich Wo ist blau? Blau hinsetzen Genau Da ist auch blau Das heißt Selbes Spiel wie eben Ach mein Äh, jetzt muss ich nur noch treffen Nein, du springst da nicht rein Selbes Spiel wie eben Mein Gott, ist das einfach Boings Boings Und schon bin ich drüben Ich dachte, ich bin dann fertig Was soll das jetzt? Was bringt mir das jetzt weiße Gel hier genau? Gar nichts Ich hab da nicht mal Ahnung, wo ich hin muss Was bringt mir das jetzt, dass ich hier weißes Gottverdammtes Gel will? Absolut gar nichts Absolut gar nichts Jaa Autsch Wie komm ich denn da eigentlich nochmal her? Ich hab die Schilder vergessen Ich hab von unten Ne, da bringt mir nichts Ich hab da noch mal nach oben Ach so Ach ja, ach ja, ach ja Ich wollte ja da irgendwie Gel hinbekommen Oh Gott, was kann ich nirgendwo Die Todaklärmste. Oh nein 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 nein... Ich glaube ich sage noch mal nach oben. Leute, das sind... Scheiße, das sind Sinn. Das Ding haut da schon mit einer beachtlichen Geschwindigkeit raus. Ich krieg das da nicht hin. Das ist das Problem. Ne, das würde nicht so weit gehen, das ist schon eine beachtliche Geschwindigkeit, was das Gilder nimmt, aber zu langsam, blau müsste ich umsetzen, das ist immer noch zu langsam, ja klar, viel zu langsam, das kann so klingen, das hat jeden Sinn, der Smoky muss mal überlegen hier, ich habe echt keine Ahnung, ich probiere das einfach nochmal mit blauer Farbe hier, vielleicht war es irgendwie zu wenig, oder ich habe nicht genug Geschwindigkeit, vielleicht bessert sich das hier jetzt, I don't know, we will jump, jump, und jump, nein, nein, okay, wir machen ihren Cut, beenden diesen Part, ich laufe jetzt allein wieder hoch, und wir sehen uns gleich wieder, bye, bye.